Ich bin jetzt unten im Aufzug, Schacht. Was kommt als nächstes? Lass mich kurz nachsehen. Okay, du bist ganz in der Nähe des Verbindungsgangs. Du musst jetzt durch den Wartungsbereich nach draußen. Da kommst du dann rüber. Schalt mal meinen Beatlink ein. Äh, da hoch. Ah, jetzt hat er. Nein. Also, hier hoch, dann drehen. Hm. Nein. Das gibt's wohl in der Zeit. Jetzt hat er es geschafft. Nach vielen probieren. Heute ist nicht so mein Tag. Du bist die Erste, die jemals in die Docks einbricht. Das macht dich zu einer Legende. Falls du überlebst. Komm ich da nicht hoch? Nein. Okay. Wenn du überlebst. Natürlich überleben wir. Blöde Frage. So. Huch. So. Oh, noch nicht. Wie groß ist denn das Gebäude hier? Ah, ein Aufzug. Was ist eigentlich mit deiner Familie? Sie ist in den Greylands. Warum? Wie kommt es, dass du nicht bei ihr bist? Ich ertrage meine Schwester nicht. Sie ist eine Idiotin. Hast du eine Schwester? Nein. Nicht mehr. Sobald du an den Lüftern vorbei bist, hast du den Haupt-Server-Stack erreicht. Er ist das Herzstück von Kruger Second Glass. Ich wünsche, ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen. Okay. Ah, da war er. Uh. Oh. Nein. Falsch-Taste. Juhu. Ich spring einfach mal runter und freue mich nicht auf. Bin ich jetzt tot, oder was? Was? Wieso bin ich jetzt gestorben? Sobald du an den Lüftern vorbei bist, hast du den Haupt-Server-Stack erreicht. Er ist das Herzstück von Kruger Second Glass. Ich wünsche, ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen. Du solltest eine Verbindung zu einem der Prioritäts-Switches herstellen. Den Rest kann dann ich übernehmen. Das war wieder knapp. Okay. Uah. Ah. Okay. So. Da hinüber. Dieser Server-Stack ist das reinste Labyrinth. Ah, naja. Er wurde ja auch nicht für Menschen konzipiert, sondern für Maschinen. Es geht um reine Funktionalität. Ich wette, er ist wunderschön. Na ja, je nachdem, was man jetzt wunderschön erachtet. Du solltest außerdem wissen, dass man uns bemerken wird, sobald du mich einklingst. Ich kann die Sicherheitssysteme zwar ein bisschen verlangsamen, aber es ist leider unmöglich, vollkommen unentdeckt zu bleiben. Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Nein, tut mir leid. Vergiss, dass ich gefragt... Vergiss damit, ich gefragt habe. Ja, ich vergesse es. Ich vergesse auch, damit du mich jetzt abgelenkt hast und ich runtergesprungen bin. Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Nein, tut mir leid. Vergiss, dass ich gefragt habe. So still wie du bist, bist du offenbar sehr beschäftigt. Komma lässt sich übrigens... Ich finde die Plastik, aber genial. Ich springe einfach mal mit runter. Heute ist super Tag. 20 Tote war es. Ich glaube, ich mache mal einen Tod. Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Nein, tut mir leid. Vergiss, dass ich gefragt habe. Aber so still wie du bist, bist du offenbar sehr beschäftigt. Komma lässt dich übrigens grüßen. Er scheint dich zu mögen. Und das, obwohl er eigentlich niemanden mag. Irgendwas stimmt nicht mit seinem Emotionsalgorithmus, aber ich kann den Fehler einfach nicht finden. Okay. Nein, das war zu... Ihr habt zu wenig Anlauf genommen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir mussten Todeszähler mal machen. Tak, 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 tak. Ich glaube, da haben Spur 100. Eine Aufnahme zu Tode? Wir sind jetzt bei... Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben. Aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Nein, das tut mir leid. Vergiss, dass ich gefragt habe. Ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt schon bei 30 Folgen. Du bist offenbar sehr beschäftigt. Das kam nicht ganz genau. Er scheint dich zu mögen. Und das, obwohl er eigentlich niemanden mag. Irgendwas stimmt nicht mit seinem Emotionsalgorithmus. Aber ich kann den Fehler einfach nicht finden. Tja. Interagieren wir mal. Okay, ich bin da. Ich stelle jetzt eine Verbindung zu einem der Prioritäts-Switches her. Und? Die Verbindung steht. Ich stürze mich rein. Es kann übrigens sein, dass du gleich ziemlich schnell abhauen musst. Also sei bereit. Bin ich immer. Okay. Ich habe hier Zugang. Wow. Also mal sehen. Gefangenen Daten. Da sind sie ja. Ich habe sie. Und wir wurden bemerkt. Verschwinde von da. Moment. Eine Sache noch. Schnapp dir alles, was du über Isabel Kruger findest. Ich finde nach. Da ist sie. Erledigt. Und jetzt hau ab. Ich beginne mit der Entschlüsselung. Okay, wir haben. Ich will den Alarm verzögern, aber er wird in ein paar Minuten losgehen. Der schnellste Weg nach draußen ist das Mitarbeiter-Shuttle. Es fährt von der Lobby aus ab. Ich sehe mich. So. Mitarbeiter-Shuttle von der Lobby aus. Nein. Ach. Wir haben am Start da, wenn wir nach rechts springen müssen, aber wenn man jetzt so bescheiden läuft. Ne, also warte mal. Zehn Tote pro Folge. 30 Folgen. Bisschen mehr. 300 Tote. Ja. Könnte hinhauen. Oh. Abrollen. Weiter. Weiter. Nein. Ich hab das. Oh Gott. Ich bin so blöd. Diese Stunde, wo ich heute aufnehme, wird meine Todesfolge. Todesaufnahme. Ja. Todesaufnahme, ja. So, für heute bin ich ja schon lange noch mal gestorben. Heute mal ja alles falsch, was ich nur falsch machen kann. Ich bin so blöd. Okay, gut. Noch einmal. Wow. Okay. Ah, jetzt hat's. Und. Hopp. Und wo jetzt hin? Hä? Wohin müssen wir? Aua. Du kannst die Lüftungsschächte nehmen, um zur Lobby zu kommen. Ah, okay. Lüftungsschächte. Lüftungsschächte. Da ist es. Huch. Das ist denn gar nichts drin gehabt. Au. Sagt mir einer, damit sie runter geht. Ich bin in der Lobby. Nein. Der Zug fährt gerade ab. Du musst wohl oder übel auf den nächsten warten. Es ist soweit. Wir sind in höchster Alarmbereitschaft. Ich hoffe, du schaffst es. Ich auch. Zwei, vier Leute sind's. Nein. Ich sehe gerade nicht. Die Laufung wird alle nach oben. Das ist schlecht. Vor allem die mit den Blastern. Und der schaut genau zu mir. Als wüsste, wo ich rauskomme. Wow. Ah, okay. Jetzt habe ich irgendwas gestört. Keine Ahnung. Wow, 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 wow. Da oben. Schnapp sie auf. Und. Wow, wow, wow. Ja, 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 ja. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe bewahren. Meine Freunde, Ruhe bewahren. So, au. Au. Au, au, au. 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 Leute, zahlt halt. Okay, gut. Ich zahle. Oh, ich zahle. Oh, sorry. Ich zahle, wollte ich sagen. Zahlt halt. Au. Au. Jetzt bin ich dran. So, oh, dann kommt noch mehr einer. Wow. Ich warte schon wieder mit unten. Ich muss hier weg.